Jetzt wird 21 gespielt wie sonst was. Aber nicht von uns diesmal, denn der nächste Gegner ist Schalke. Und das Spiel müssen wir simulieren. Aber ganz ehrlich, Schalke oder so, ne? Also nichts gegen die Fans von Schalke, ne? Aber wenn wir das verlieren, dann mal... No front. Und... Fräulein, ich weiß nicht was das witzige ist. Wir spielen auch bei Besitzungshaben weniger, weil das ist das nicht mehr. Ja klar. Oh 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 oh. Ja. Also bitte gut. Aber nein, wie die Geier. Bye bye bye. Ja schade, kann man nichts machen. Das erste, das 1-0 war aber auch verdient. Also ist das schön durchgekommen. Also die haben auch den Bus geparkt da hinten. Das zeigt der, Großpotenzial. Oh, das höre ich doch gern. Also auf den könnte man schauen. Also wir können ihn ja vermerken. Ja ja, klar. Wir können ihn ja vermerken. 1,7. Oh, Nako. Oh, oh. Was hat er? Zeit, große Potenzial. Das höre ich doch gern. 19-jähriger Stürmer mit 88 Tempo. Andere zwei... Oh, knackig. Oh, den... Den beobachten wir. Oh, das ist der linke Flügel. Den gucken wir an. Den behalten wir. Patrick. Der ist interessant. Und großes Potenzial. Licker Flügel, hallo. Für Vogtsammler. Wir schmeißen dann... Ach nee. Gucken. Weil vielleicht kommen jetzt noch ein paar Dinger rein. Und dann kaufen wir den. Der muss. Patrick, der muss. Wah? Wah. Was ist denn jetzt los? Boah, ist ja krass. Boah, du Scheiße. Hä? Freigabe... Ah, ja, na. Freigabe, das heißt aber nicht, dass wir das zahlen müssen. Der ist ja schnell. Aggressivität. Sprungkraft. Ja, was ist denn jetzt los? So ist das scheiße? Flanken, ja, juckt ja nicht. Schusskraft. Dribbling. Was, zeigt er irgendwas? Temporeich. Erfolgreich. Stürmer. Den erstmal rauszubekommen. Schauen wir mal. Ja, wir können ihn hier drin lassen. Billigen. Hey, yo. Ich will jetzt nicht jeden aus Dortmund. Ein aufregender Mann für die Zukunft. ZM. Oh mein Gott. Eieiei. Sieben Millionen, können wir verhandeln. Auf jeden Fall vermerken. Oh, Bruder. Da muss man ja komplett los sein. Du hast wieder Klassik. Ernsthaft? Alter, das ist das jedes Mal. Hört doch, Baba Senpai. Ja, das Problem ist, wenn er sich gut macht und Kaufoptionen, dann kaufen die ihn und was Aber wie gesagt, wir hätten es ja auch so sagen können. Und wir hätten auch sagen können, ne, wir machen ohne Kaufoptionen. Immer ein gutes Wetter. Endlich gutes Wetter. Mann, das ging mir jedes Mal auf den Sack, dass es geregnet hat, ey. Boah, ich wollte es nur sagen, eigentlich, hier sollte er nicht zu dir. Hat er nicht gemacht, ne? Finte. Ja, sagt er. Das war eher ungewollt. Die Ecke kommt. Ja, das macht ruhig mal. Loll, ding. Nein! Nein, Linienkratzer! Digger, was zum Teufel! Da macht er den Linienkratzer, ey. Als ob, äh, der ist einfach safe-hand, Alter. Muss ich sagen, was du willst. Alter, das gibt's doch gar nicht. Der Teufel ist doch schon weit gesprungen. Der Kopf war aber auch schon wild. Ja. Loll, was war das denn? Ja, danke, Alter. Warum müssen die dann aufräumen, wenn der andere einen Scheiße baut? Oh, Loll, was gibt's los? Lauf! Ja, ich laufe schon. Ah, ich hab ihn. Ich sehe keine Ahnung. Oh, ich laufe. Oha. Ja, scheiße. Sorry. Ja, alles gut. Sorry aus der Drehung. Ja, alles gut. Hallo. Jawoll. Gruß, Krüger. Oh! Was? Bisschen früher nächstes Mal. Okay. Weil dann hättest du so schön auf, äh, mein, äh, Volleybein. Oh, das wär so gut gewesen. Ja. Guter Kontakt. Oh, ja, ist auch einer. BAM! Ja, voll. Du haust dir jeden Ball rein, ey. Oh, der ist für dich. Oh, den kriegst du. Den kriegst du? Nein, was war das denn? Boah, Alter. Wie deine Pässe mal einfach ankommen, ne? Ich fasse sie. Warum hast du denn eigentlich... Ich dachte, ich bekomme ihn nicht mehr, deswegen habe ich gedrückt. Es geht besser. Ich bin irgendwie unzufrieden. Er hat einen guten Schuss und so. Also ehrlich, er ist so schnell und so, aber ich... Ich weiß nicht. Ich bin noch irgendwie ein bisschen unzufrieden, was das angeht. Ja, wir beide haben wahrscheinlich Kreis gedrückt. Ja, Herten genau. Ja! Oh, das wird kräftigen. Ja, scheiße. Scheiße. Ja, scheiße. Das war ein bisschen zu enthusiastisch. Ja, vor allen Dingen von hinten. Ei, ei, ei. Ball gespielt. Wann sagt der Ball gespielt? Oh, für mich. Alles gut. Das macht er nicht. Das Problem ist, ich weiß nicht, wer schießt. Oh, scheiße! Ah, voll auf den Torwart. Oh, unser nächster Gegner ist... Ey, Alter! Gegen die ganzen heftigen... Wer ist unser nächster Gegner? Bremen. Ach du heilige Scheiße. Und das müssen wir simulieren. Oh, scheiße! Wobei ich... Okay, ich sage immer so, gegen solche Mittelklasse-Mannschaften müssen wir spielen und gegen die anderen müssen wir simulieren. Oh, pass auf, wenn wir gegen Bayern simulieren müssen. Unsere Spieler scheinen eigentlich noch relativ fit zu sein, ist mir aufgefallen. Passiert noch. Bam! Er hat man geklärt, Digga! Auf Köln! Wir haben hier den zweiten Treffer für den... Ja, war rechts zurückgewogen. Ey! Achso, nee, war, nee, alles gut. Oh! Ja, okay, wir haben ihn noch. Wir haben ihn noch. Ja, ich laufe! Zack! Jetzt bin ich da. Weniger erdrücken sollen. Stefan Posch. Ah! Gefährlich jetzt! Was? Oh, ich hab den so schön ausgetrickst. Oh, Mann, oh. Patrick. Oh! Ich komme... Nein! Nein! Patrick! Das ist doch so stark! Warte, das ist doch nicht mal, ey! Ah, du hast... Das war viel zu früh, ich war noch nicht mal da! Heilige Scheiße! Egal, schade. Sondern, oh, ja, schön. Kannst du uns heute was ausgeben? Angebot für Ramos, Transparenz für Vogelsummer! Nice! Oh, wenn wir den... Oh, Alter, yes! Machen wir auch in der letzten Stunde! Machen wir auch in der letzten Stunde! Darum kümmern wir uns in der letzten Stunde! Sparen! Sparen auf was? Für den neuen Nottorrat! Uh! Der... Oh! Der hat... Warte, da! Komm vorschlagen! Hoffentlich haben wir jetzt die 2-Millionen-Schein drinne! Safe! Und wenn nicht, dann haben wir einen Bunker! Ne, wurde doch schon aufgestockt! 10-4! Ach... Ich weiß nicht, können wir ins Minus gehen? Das weiß ich auch nicht! Weil sonst würde ich annehmen! Weil 10-4 ist ein mega guter Preis für den Spieler! Ja, okay! Ach, jetzt! 10-4 nehme ich mit! Edden... Alter, Digga! Egal! Okay, jetzt verhandeln! 15-5, ja! Ja, okay, dann sind wir jetzt im Minus! Aber wenn wir Vogelsummer... Wenn wir noch jemanden verkaufen, dann sind wir wieder im Verkauf! Vogelsummer wurde ja schon verkauft! Ja, ja, ich meinte! Ja, wenn wir noch einen weiteren verkaufen! Ach, der ist so gut! Verhandeln! Oh, ja! Da kommt er noch zu uns! Fuck, ey! Direkt mit Vogelsummer! Also, der Einstiegsbonus... Also, Einstiegsbonus kann man machen, wird aber irgendwie vom Gehaltsbudget abgezogen! Hm, wenn wir kein Transferbudget haben, wird das vom Gehalt abgezogen! Wollen wir 70.000, 300.000 Einstiegsbonus? Ja! Ja! Yes, Alter! Ka-ching! Alles klar, Digga! Los geht's! Ja, moin! Hieß ich da am Platz! So! So! Ja, wir haben ihn überhaupt nicht bearbeitet! Also, einfach nur so einen Typen, der an Pressekonferenzen teilnimmt und so! Ja, sorry, dass der abgebrochen ist, naja, also, ja, kann man nichts machen! Ich weiß auch nicht, warum das manchmal abbricht! Ja, von mir aus, dann verschwinde! Tschüss! Was guckst du denn so traurig? Hä? Ja, okay! Das ist ja so ausrastet! Ja, ähm! Tut mir uns leid, aber wir möchten ihn auch behalten! Nein! Das will ich nicht! Deswegen geh ich jetzt! Lost! Und so ein Fitness knallt so rein, Alter! Meine Fresse, ey! Schön! Yo! Hä? Falsche Richtung! Ich wollte gerade sagen, die falsche Richtung! Die falsche Mannschaft ist in meinem Besitz! Na! Boah! Jetzt, Junge! Oh, ich würd so gern sehen, wie die schießen und so behalten und etc! Ja, also halt die Höhepunkte zeigen! Ja, hallo! 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 Ja! Weg! Genau! Jetzt hätte er ihn schicken können! Ja, hast recht! Manchmal schicken die nicht, obwohl sie es können! Oh! Lauf! Ja! Ja! Nein, Brüger! Oh! Ich wollte es schon sagen, gegen Sie! Jetzt brauchen wir nicht mehr zu wechseln! Also! Easy! Schön! Schönes Spiel! Ehrlich! Und Külker hat es toll gemacht, ey! Schön! Schön, schön, schön! Wir zeigen es Ihnen live! Warum haben wir in Bielefeld immer so scheiß Wetter, ey! Das kann doch nicht sein! Wieso haben wir in Bielefeld immer so scheiß Wetter? Schon wieder Regen, ey! Ja, letztes Spiel war doch auch heim! Nein! Gegen Bremen war auswärts! Ja! So! Gegen Bremen war auswärts! Nee, davor! Ach, da war Heim und Sonne! Ja gut, da kann ich es verstehen so! Soweit ich jetzt weiß, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher gerade! Ja! Ja! Es war nur ein paar Minuten her, aber trotzdem! Ja, wir haben ihn, ne? So! Ich kann mich nur an das 1-0 erinnern! Ja! Genau! Kein Abseits! Ja, der hat schon die Hand gehoben, ne? Der hat die Hand gehoben! Ja, bringt den Ball jetzt nach vorne! Die Zuckis ja! Nee, sorry! Alles gut! Alles gut! Eigentlich zu unserem neuen Vuegel! Das war jetzt sehr egoistisch! Sebastian Andersson! Ich muss gleich nochmal seine Stats anschauen, was er so hat oder so! Oh mein Gott! Was ist denn? Digga, wehe! Das gibt jetzt rot! Da rass ich aus! Das war so ne dumme Aktion, Alter! Nimm's mir nicht über! Ja! Geld! Verdient! Ohne Witz! Das war so ne dumme Aktion! Das war richtig dumm! Schrift eines Spielers gesichert! Komm mal! Tschüss! 85 Millionen nach der Scheiße! Oder? Du? Ja, 88! Sorry! Ich glaub tatsächlich der Weg zu dem Richter zu tun! Jetzt mehr! Ja! Oh mein Gott! Fick ihn! Fick ihn! Ja! Das war richtig! Schön, Alter! Schön! Das ist ne verdiente Führung! Ah, Maja! Maja! Schön! Einer unserer ZMs! Ey! Ah, schau! Oh mein Gott! Schau! Schau! Das war aber auch so ein bisschen von der Aktion, ne? Das war... Mhm! Weil... Ganz freigelassen, so! Der hat ne, vor allem nicht mal eingegriffen! Ganz... Den hast du! Den hast du! Yes! Sauber Einwurf! Nein! Hä? Hä? Na, macht weit! Aber... Oh mein Gott! Alter, wie die fliegt! Schöner Pass im Lauf! Meine Fresse, ey! Jetzt langsam macht er sich bezahlt, finde ich! Sebastian Andersson! Klasse aufgebastet! Linker Verteidiger, ne? Irgendwie... Ich fühl ihn nicht! Kann man... Würde ich jetzt so sagen! Aber ganz... Ey! Was zum Teufel! Ne, ehrlich! Was macht der? Was macht der für Fehler? Versteh ich nicht! Hm... Wir müssen gleich den Weg neben den Verteidiger probieren! Weiß auch nicht! Der steht viel zu zentral! Der steht viel zu zentral! Und der macht doch ständig so un... Äh, ehrlich! So! Woah! Warte! Ja, moin! Du hast halt schneller, du Witzer! Er muss weiter durchspielen! Oh! Das hat ihn! Das hat Videos den richtigen Moralboost gegeben grade, ey! Okay! Zweimal ausruhen, genau! Super! Ja! Gladbach ist direkt vor uns! An Pressekonferenz teilnehmen! Bielefeld ist direkt vor uns! Die haben gleich viele gute Wege! Bielefeld ist direkt vor uns? Cool! Ja, genau! Ne, ich meine Gladbach! Ja, ich hoffe echt! Eine Simulation! Es sei immer so ein... Risiko! Weil wir greifen nicht ein, weil... Die ganze Mannschaft spiel ich nicht für dich! Oh! Du Arn! Sack! Oh mein Gott! Ja! Nein! Ich war's da drüber! Ich war's da drüber! Das sah so aus! Schade! Schade! Aber schön! Aufmacht die Matt in Nelly große Stücke, man hört's! Ja! Der ist einer der unserer Wertvollsten, sag ich jetzt mal! Ja, ist es auch! Ist er auch! Vor allen Dingen überleg mal, der ist von Arsenal nach Bielefeld gegangen zum Aufsteiger! Ja! Für den Wert... Für den Wert... Das gibt Einwurf! Ich schalte sie aus! Ich schalte sie aus! Ja, wir haben ja! Genau! Wir... Guck mal! Wir haben... Wir haben Ausdruck! Wir haben Ausdruck! Ja, guck, guck da! Cool! Ja! Letzte Minute! Lüger! Ey! Ulrich Elton! Du hattest recht! 1-0! Ist gleich vorbei! Schön! Ich wusste es! Ich wusste es! Guck mal Baden-Zempaini, Alter! Lol! Die Neun ist der Stürmer, der kann auch nie mehr! Nein! Schade! Schade! Der wird schon wieder tricksen! Der wilde Junge! Meine Schnauze, ey! Die Wurst an Neh hier, Alter! Mehr? Mach! Ah, ne! Du bist da! Das ist nicht deine Position! Linke Seite! Du bist rechts! Martinelli ist links! Oh, hoppla! Lange Flanke! Das siehst du, Digga! Hast du ihm jetzt ernsthaft seine Position geklaut? Upsi! Ja, sorry, wenn ich die ganze Zeit... Wenn ich die ganze Zeit nach unten ge... Auf linker Seite geschickt werde, ey! Ja, jetzt haben sie den Ball wieder! Oh! Spigi Gonzalez, meine Fresse! Der ist ja auch hoffentlich zurückgekommen! Hat er gerade den Ball erst bekommen! Was mach ich hier? Runter! Ah! Egal! Was? Nein! Schöner Pasta! Ne! Nein! Ich will nicht verletzt sein! Och, Mann! Hä? Alter, nee! Ich guck, das gab es die Team zu spielen! Und vor allem noch die komplette nächste Halbzeit! Ach so, läuft! Alles noch! Meier! Säufert! Was? Auch noch ein Zettel, glaube ich! Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen! Das ganze Team! Ich hab gar keinen Bock, das ganze Team zu spielen! Das ist ein Stürmer, der nicht läuft! Das kann ich ja genauso leiden wie Scheiße am Fuß! Was? Was zeigt der mir die Uhr an, Alter? Wahrscheinlich mache ich Zeitspiel! Ich bin kein hekliger Bastard, ey! Ich bin schon wieder auf meiner Faschenseite! Ich bin schon wieder auf meiner Faschenseite! Der, der Stürmer geht ernsthaft zurück! Der, das gibt's doch gar nicht ernsthaft? Jetzt will er ihn den Ball abnehmen! Ja, starker Pass! Der Stürmer geht ernsthaft zurück! Der, was ist das für ein Flachwichser! Der, was ist das für ein Rohde! Meine Fresse, ey! Gebt mir das auf die Eier Ich wünsche, ich könnte, also ehrlich Würden wir keinen Stürmer brauchen, würde ich den sofort verkaufen So eine Flachpfeife, ey Schön Es ist Hoffentlich Ich habe das Gefühl, der hat überhaupt keinen Plan Ja, ey, hallo Ja, die sind so was von asozial geworden, ey, meine Fresse Ja, ne, die Dreck werde doch, komm, dumm Ich bin doch dumm Hallo, was ist denn da, Alter? Du sagst das jetzt mal, ey Ja, Geldbrot, der hatte schon Der hat Geldbrot Verdien, Alter, das wird auch langsam was sein, ey Oli Jod, Alter, der ist schon verwarnt So, Unterzahl, schön, gut ist Also ganz ehrlich, die Skatebrot Also so dumm kann doch keiner sein Ey, das war wirklich dumm Der war schon schön, sauber Patrick, zack, der ist für dich Und hier oben, hier oben, hier oben, hier oben, ich bin zwei Ja, 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 gut, gut, gut Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance Jawoll, haha Diki Dacca hier Meier? Meier Meier hat ja richtig gut Meier hat noch ein paar 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 5-0, hermoin Meier hat den verkauft Nice Sehr schön, er kann sich ver... Zwei Millionen aufgestockt Kann sich ver...bissen Na ehrlich, der geht mir so auf die Eier Den ich auch Ja, aber sowas von, ey Ich hoffe, der hat euch gefallen Auch wenn dazwischen, äh, dieser, diese kleine, dieser kleine Abbruch noch war Wir sind momentan... Okay, wir sind runtergefallen Was aber daran liegt, dass die anderen Mannschaften schon gespielt haben Wenn wir gewinnen, sind wir wieder auf den zweiten Richtig, genau, mit 19 Punkten Meier muss auch noch verlieren, das wäre schön Hahaha